Musik Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung und Blattzeiten auf FS1, dem Community-TV-Sender in Salzburg. Im Studio begrüßt euch Savaha Sinhanowitsch und mein Team heute an der Kamera die Stefanie Scherer und an der Regie die Bailey Zeitlinger. Bei mir heute zu Gast in Blattzeiten ist der Hans Volzinger. Hallo Hans. Hallo. Zuerst stellen wir mal kurz deine Person vor, Hans. Also du hast ja schon sehr vieles gemacht. Du hast Geografie und Germanistik studiert, bist seit 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Robert-Jung-Bibliothek. Deine Themenschwerpunkte sind Nachhaltigkeit, Zukunft, Arbeit und soziale Sicherung, nachhaltige Raum- und Stadtentwicklung, neue Wohlstandsmodelle. Du bist Moderator der Zukunftswerkstätten. Du hältst Vorträge und Publikationen. Du warst Lektor an der Universität in Klagenfurt. Du bist der Mitherausgeber der Zeitschrift Pro Zukunft, die wir hier auch liegen haben. Mitglied des entwicklungspolitischen Beirates des Landes Salzburgs und des Salzburger Netzwerkes Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Vielleicht bei deinen Vorträgen kannst du uns da zwei, drei Beispiele nennen. Ja, mein ganz herzlichen Dank für die Einladung. Die Anfragen sind vielfältig. Das letzte Wort zum Beispiel, eine Tagung des Landes Salzburg ist gegangen. Wie gehen wir damit um, dass die Gesellschaft, was unser Schönes oder was wir immer älter werden, welche Herausforderungen gibt es da für den Wohnbau, für das betreutes Wohnen, für die Pflege? Ja, ein Thema, das sehr viel gefragt wird, ist interessanter, ist die Frage, wie kommen wir von dem, was wir wissen, zu dem anderen Handeln. Wir wissen im Grunde, dass manches oder vieles schiefläuft. Aus der Zukunftsforschung hätten wir auch Konzepte, wie es anders gehen könnte. Aber da gibt es die Kluft, wie kommen wir von dem einen zum anderen. Und wir haben jetzt einen neuen Forschungs-Selg als Transformationsforschung. Und das wird öfter nachgefragt. Bei deinen Publikationen gibt es ja auch mehrere Seiten, wo wir aber, da würde ich einfach empfehlen, auf die Seite von der Robert-Jung-Bibliothek zu schauen. Und zwar unter www.jung-bibliothek.at. Da könnt ihr euch dann die Publikationsliste vom Hans-Holzinger anschauen. Es sind mehrere Seiten, genau, und es sind sehr spannende Sachen dabei. Du bist aber jetzt ganz neu. Die Robert-Jung-Bibliothek hat eine Methodenakademie. Vielleicht, wenn du uns die noch kurz erklärst? Ja, gerne, weil es ist unser jüngstes Kind. Methodenakademie, was heißt das? Einem Freitagnachmittag, immer vier Stunden, wird eine neue Methode eingeübt, wie man mit Menschen, mit Gruppen kreative Dinge erarbeiten kann. Erst am 9. Oktober geht es zum Beispiel um die Kunst, Gastgeberin für gute Gespräche zu sein. Und eine Woche später eine Kollegin aus Wien, um etwas Dragon Dreaming, wie man sozusagen Zukunft erträumen kann. Und das machen wir in dieser Methodenakademie. Die Robert-Jung-Bibliothek, du kannst uns vielleicht ganz, ganz kurz, weil es wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht in ein paar Sätzen sagen, was macht denn die Robert-Jung-Bibliothek eigentlich? Weil nicht alle Salzburger oder Salzburgerinnen kennen die Robert-Jung-Bibliothek. Genau, vielleicht kennen auch nicht alle, zumindest die jüngere Generation, sondern nicht mehr den Herrn Robert-Jung, der in unserem Namen steht und der Gründer der Einrichtung war. Robert-Jung war einer der ersten kritischen Wissenschaftspublizisten, mitbegründeter Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung, war in der Friedensbildung engagiert und mitbegründeter einer kritischen Zukunftsforschung. Er hat dann diese Bibliothek hier in Salzburg gegründet, 1985. Und seitdem führen wir diese Bibliothek, aber die Robert-Jung-Bibliothek ist eigentlich viel mehr als eine Bibliothek. Man kann bei uns natürlich Bücher lesen, man kann auch Bücher entlehnen. Wir haben 80 Zeitschriften zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Aber wir machen auch Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Workshops, Seminare. Und du hast es ja schon angesprochen, wir werden selbst zu Vorträgen eingeladen und machen auch Studien im Auftrag von verschiedensten Organisationen. Was ist denn deine liebste Erinnerung an den Robert-Jung? Ich habe ihn kennengelernt, ich habe studiert in Salzburg, wie du gesagt hast, und habe dann in der Friedensbewegung gearbeitet. Und da habe ich ihn dann öfter, er hat bei uns bei Demonstrationen gesprochen, einladen können. Es war nicht sehr leicht, weil er ja in aller Willen unterwegs war, obwohl seit 1970 hier in der Steingasse wohnend, war er ein Kosmopolit, er war in der Welt unterwegs. Aber was mich fasziniert hat an ihm, dass er, er ist lieber zu den einfachen Menschen gegangen, als denen zu sagen, wie die, die oben sitzen da. Sondern er hat gesagt, und das war auch sein unbeirrbarer Glaube, die Zukunft gehört allen und wir sollen uns alle einbringen, Zukunft ist gestaltbar. Er hat gesagt, Betroffene sollen zu Beteiligten gemacht werden, weil dann verlieren wir Ohnmachtsängste. Dann kann man auch, was er jetzt leider sehr aktuell geworden ist, einem Rechtsruck entgegenwirken, wenn Menschen beteiligt werden, sind sie weniger anfällig für Verführungen verschiedenster Freunde. Und das hat mich an ihm sehr beeindruckt. Du hast uns ja auch ein Buch mitgebracht. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch? Das Buch, ich habe den Titel sofort angesprochen, weil er so doppeldeutig, so schön doppeldeutig ist. Es heißt, es reicht unter Titel Abrechnung mit dem Wachstumswahn. Warum doppeldeutiger Titel? Und der Autor geht dann auch darauf ein, im einen Sinne, es reicht, wir wissen um die Ungerechtigkeiten in der Welt, aktuell Flüchtlingsströme, wir wissen aber seit Jahrzehnten, dass Menschen verhungern und wir wissen seit Jahrzehnten, dass nicht nur die Zahl der Hungernden zunehmen, sondern auch die Zahl der Millionäre und Milliardäre. Und trotzdem, es ändert sich nichts. Dieses Protest, es reicht, es muss sich eh bloß ändern. Das Zweite, ist ja auch eines meiner Schwerpunktthemen, die Frage, materiell, wann reicht es wirklich? Das ist dann die Frage, welcher Wohlstand angenehm ist, welcher Wohlstand machbar, welcher Wohlstand zukunftsverträglich ist. Und der Autor Serge Latouche ist Ökonom und Philosoph aus Frankreich, emeritierter Professor an der Paris-Süd-Orsay und Mitbegründer einer Bewegung, die es mittlerweile in vielen Ländern gibt. Und in Frankreich heißt es die Décorations, also heißt Schrumpfung oder Nicht-mehr-Wachsen. Wann ist denn das Buch erschienen? Es ist ganz neu, 2015 erschienen, in einem sehr rührigen Münchner Verlag, heißt Ökom, macht tolle Bücher und insofern ganz aktuell. Du hast es eh schon erwähnt, die Décorations-Bewegung, wo auch der Autor dazukommt. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was diese Bewegung denn eigentlich macht. Ja, im Titel steht eben noch Wachstum drinnen und Wachstum war in den Aufbaujahrzehnten in den Industriestaaten, in den OECD-Staaten ein Erfolgsprogramm. Also es ist nicht nur der materielle Wohlstand gestiegen, er hat sich bei uns verviert bis verfünffacht. Es wurde auch möglich, dass man Sozialleistungen in den Sozialstaat aufbaut. Das wird alles mit Wirtschaftswachstum verbunden. Dann gab es aber in den 70er Jahren erste Brüche. Die Erdöl wurde teurer, die Verschuldung stieg. Man hat gesehen, es bröckelt irgendwie an dieser Form von Wirtschaftswachstum. Und jetzt gibt es seit 5, 6 Jahren eine neue Bewegung, zum einen von Menschen, Bürgerinitiativen, Nichtregierungsorganisationen, die sagen, wir brauchen eine andere Form von Wachsen oder wir brauchen etwas anderes als Wachstum. Und zugleich in den Wirtschaftswissenschaften, vielleicht können wir später darauf eingehen, gibt es eine neue Subdisziplin, die heißt Postwachstumökonomie. Also der Autor ist ja auch aus Frankreich. Frankreich ist ja so ein bisschen als revolutionärer Staat bekannt. Also spielen sich diese Revolutionen in Frankreich auch ab oder sind das eigentlich nur theoretische Werke? Man muss dazu sagen, diese Bewegung gibt es nicht nur in Frankreich. Ich habe jetzt ihn ausgewählt, weil ich zum einen als einen sehr klugen Kopf halte, der sehr viel Wissen hat. Der ist ja jetzt, glaube ich, während der 70 Jahre, der Herr Latouzsch. Aber diese Bewegung gibt es in den USA, gibt es in Großbritannien, dort heißt es Downsizing, oder in Italien gibt es eine sehr lebendige Bewegung, da steht auch im Buch da einiges drinnen, in Deutschland, in Österreich, bei uns heißt es eben anders gut leben, oder Postwachstum. Sozusagen es gibt es in verschiedensten Ländern und ich weiß nicht, ob sie jetzt in Frankreich, ob sie in Frankreich weiter sind als woanders, würde ich nicht behaupten, aber es gibt natürlich in Frankreich eine sehr rege intellektuelle Szene, die sozusagen auch Dinge theoretisch dann zu durchdringen versucht und das macht der Herr Latouzsch. Du hast es ja schon erwähnt, also die Wirtschaft oder auch die Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, also die will ja beziehungsweise muss ja eigentlich wachsen, um zu funktionieren. Warum will denn jetzt der Autor, also eben der Herr Latouzsch, diese Wachstumswende, also er benutzt auch diesen Begriff Wachstumswende? Ja, Wachstumsrücknahme, Wachstumswende, Wachstum im Wandel, was soll wachsen, anderes wachsen, anderes Wachstum, um das Missverständnis vorzubeugen, die ganze Postwachstumsbewegung, und ich zähle mich ja auch dazu, die haben ja unter anderem dieses Buch ausgewählt, sagt nicht, dass die Wirtschaft generell nicht mehr wachsen soll. Das wäre im Grund zynisch, wenn man weiß, es verhungern Menschen. Es ist die Frage nur, also sozusagen, welche Ökonomien sollen wachsen und was soll wachsen? In Ländern, wo sie materiell zu wenig haben, die haben das Recht aufzuholen. Aber, und das sagt auch Latouche sehr klar, wenn man sich sozusagen die Volkswirtschaften der Industrieländer anschaut, oder jetzt etwas vereinfachter Reichenländer anschaut, dann kommt es zu unterschiedlichen, sozusagen Kipp-Effekten in Richtung, zum einen, was Lebensqualität anbelangt, und zum anderen, was ja nicht so leicht zu akzeptieren ist, es gibt auch ökologische Grenzen. Der Planet ist begrenzt, wir spüren das nur bedingt derzeit, aber es ist eben so, das kommt erst auf uns zu. Aber diese beiden Dinge, ökologische Grenzen, und zum anderen ist diese Form von Konsumkapitalismus, diese Form von Wirtschaft, die im Grunde auch Druck erzeugt. Es ist ja im Grunde ein Paradoxon, dass wir materiell insgesamt nie so produktiv waren. Und trotzdem gibt es eine nicht unübersehbare Gruppe von Menschen, die gefühlt, teilweise auch zurecht, Angst haben, nicht mehr mitzukommen, hinauszufallen. Also das ist eine Ideologie der Knappheit, nenne ich das, die aufzulesen wäre, durch eine andere Form von Wachstum. Der Autor, also der Herr Latusch, verwendet ja auch den Begriff der Postwachstumsökonomie, also du hast das ja auch schon gesagt, kann man das simpel erklären, was diese Postwachstumsökonomie ist? Ja, das sind so Sprachspielereien. Es gibt auch Begriffe wie Postdemokratie, das ist eine Warnung eines britischen Politikwissenschaftlers, der sagt, wir haben ein demokratisches Zeitalter gehabt, wir laufen jetzt Gefahr, in ein postdemokratisches Zeitalter zu kommen. Er meint, der Herr Krautsch, so heißt er, meint das insofern, ohne dass wir es merken, im Grunde die großen Konzerne und jetzt auch, das haben wir ja schon gemerkt, die Finanzinstitutionen eigentlich übernommen haben, wo es lang geht, und dass die Politik im Grunde abhängig geworden ist. Auch Serge Latuscher schreibt davon. Und da wird jetzt bewusst auch dieser Begriff Post heißt nach, es hat eine Ära gegeben mit erfolgreichen Wirtschaftswachstum und um diesen Wandel anzudeuten, sagt man jetzt, jetzt ist angesagt, eine Ära nach dem Wachstum. Das meint dann Postwachstum. Da gibt es dann verschiedenste Aspekte, die natürlich zur Behandlung sind. Es geht nicht ohne Brüche, es geht nicht ohne Friktionen, aber das sagen auch viele Ökonomen, Ökonomen, es geht. Ist jetzt eigentlich, also für diese Postwachstumsökonomie oder auch was, was jetzt der Autor schreibt, es ist ja ein Umdenken nötig. Also ein Umdenken auch in der Kultur und auch bei materialistischen Gütern. Ist es denn realistisch, was der Autor fordert? Es kommt immer davon, was man anschaut. Das eine ist sozusagen die volkswirtschaftliche Ebene und das ist im Grunde reine Mathematik. Also es ist unmöglich, dass eine Volkswirtschaft permanent weiter wächst. Also das haben frühe Ökonomen schon gesagt, von Adam Smith, John Maynard Keynes, einer der Großen, irgendwann hört das Wachstum auf, einfach weil es gar nicht möglich ist. Jetzt kann man es so sagen, vereinfacht darstellen, in der Natur gibt es Wachstum, aber irgendwann hört der Baum auf zu wachsen. Auch der Mensch wächst, aber irgendwann ist er ausgewachsen. Das wäre so ein organisches Wachstum. Aber was jetzt bis jetzt in der Volkswirtschaft angenommen wurde, ist, jede Volkswirtschaft wächst jedes Jahr, sagen wir, um früher 5, 6, 7 Prozent, jetzt sind es 1 bis 2 Prozent. Aber wenn ich schon ein hohes Ausgangsniveau habe und dann nochmals 2 Prozent dazugebe, dann wird das ja von dem schon hohen Ausnahmsniveau immer noch mehr. Insofern ist prozentuelles Wachstum im Grunde mathematisch nicht möglich. Also wenn ich es an einem Beispiel zeigen kann, Deutschland oder Österreich hat in den 60er Jahren 7 Prozent Wachstumsrate gehabt und hat jetzt vielleicht 1 Prozent, aber die 1 Prozent jetzt sind absolut viel, viel mehr als die 7 Prozent damals. Oder man weiß auch, 1 Prozent Wachstum in Österreich bedeutet etwa jetzt 7 Prozent Wirtschaftswachstum in China. Oder hochgelegt auf Nigeria wären es glaube ich 50 Prozent. Das ist das eine. Also, dass man davon sich verabschieden muss, jetzt weil es gar nicht anders geht, dass diese Form von Wachstum vorbei sein wird. Und die zweite, die hast du angesprochen, ist dann die Frage, wie weit und ob uns noch weiteres Wachstum eigentlich die Lebensqualität erhöht. Und ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Genau, darauf möchte ich auch hinaus. Weil ich glaube ja auch, die Menschen sind ja auch schon sehr materialistisch eingestellt oder auch schon sehr bequem eigentlich eingerichtet in dieser Marktwirtschaft. Ich glaube, es gibt auch bei uns natürlich Menschen, die an der Armutsgrenze sind. Von denen rede ich jetzt nicht. Aber ich rede von denen, die eigentlich im Grundmateriell doch genug haben. Und da muss jede, jede für sich dann schauen, ob es solche eigentlich Fallen gibt, Konsumfallen, wo ich dann doch noch mehr kaufe, obwohl ich es eigentlich nicht mehr brauche. Also es gibt klassische Beispiele, wie der übervolle Kleiderschrank. Und dann geht es zum Fortgehen und dann entsteht der Stress, was ziehe ich heute an. Und dann greift man wieder auf die eh beliebten Klamotten zurück. Es soll Geschichten geben, dass zu Hause hunderte Paare von Schuhen herumstehen und die Leute aber dann sagen, ich hätte es nicht ansehen können. Oder wenn man den Kühlschrank überhaupt voll hat, dann passiert es eben, dass Dinge weggeworfen werden, weil man eben die Übersicht über die Ablaufdaten verloren hat. Das ist auf der ganz persönlichen Ebene. Ich schreibe es niemandem vor. Aber es gibt eine Bewegung auch von jungen Leuten, die sagen, Aufbau-Generation hat aufgebaut und da war Besitzen ganz was Wichtiges. Die junge Generation sagt, wichtig ist eigentlich, dass ich Zugang habe, dass ich dabei sein kann. Da gibt es Beispiel Auto. Bei jungen urbanen Gesellschaft ist der Besitz eines persönlichen Autos nicht mehr so wichtig, kein Statussymbol, sondern die wollen halt mobil sein. Ja, das ist dann schon diese Share-Ökonomie eigentlich. Zum Beispiel, ja genau. Teilen, dabei sein, aber... Genau, weil das heißt, es gibt glaube ich auch mittlerweile so Bewegungen, wo man dann auch Werkzeuge teilt oder eben auch dann gemeinsam halt Kühlschränke befüllt. Genau, das geht in diese Richtung. Der Autor, also Latouche, er schreibt ja von den sieben großen Erbers. Die sind dann auch in zwei Gruppen eingeteilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ersten drei beziehen sich auf neue Werte, Bewertungen und die Natur. Also kannst du uns vielleicht diese ersten drei R's nennen? Ja, die klingen ein bisschen abstrakt, aber es sind, glaube ich, ganz spannend. Das erste Nennen der Re-Evaluierung. Das heißt, wir sollen uns anschauen, ob das, was wir jetzt als Wohlstand ansehen, was wir als Wohlstand messen, wirklich das ist, was Lebensqualität ausmacht. Ein Beispiel des Bruttoinlandsprodukts. Das Bruttoinlandsprodukt misst alles, was sozusagen über Geld läuft. Und was hat er wirtschaftet? Was er wirtschaftet. Das ist jetzt so absurd, wenn es zum Beispiel einen Autounfall gibt, dann erhöht das das Bruttoinlandsprodukt, weil ja der Autohändler, der Mechaniker verdient daran. Selbst Krankheitskosten werden ins BIP positiv eingespeist. Und andererseits misst das BIP nicht, was zum Beispiel an Naturzerstörung passiert. Oder wenn Menschen jenseits der Geldökonomie was haben, Nachbarschaft, oder wenn ich Kinder erziehe, das wird alles nicht erfasst. Und da gibt es jetzt eine Bewegung, die sagt, wir brauchen eine neue Wohlstandsmessung. Latouche meint das mit Re-Evaluierung. Und das Zweite wäre dann Re-Konzeptualisierung, dass man eben die Konzepte von Wirtschaftsentwicklung neu schreibt, umschreibt. Und das Dritte, da müsst ihr jetzt selbst nachschauen, neben der Re-Konzeptualisierung, nennt ihr dann die Re-Strukturierung. Jetzt habe ich es wieder. Was meint das, wenn ich es kurz an einem Beispiel sage, also wer mit Volkswirtschaftsordnung weiß, dass Wirtschaft immer ein Wandel war. Es gibt ja den Fachbegriff Strukturwandel. Und wenn wir jetzt wissen, zum einen diese Form von Mobilität, Automobilität, ist weder zukunftsverträglich, noch, wenn man sich die Städte anschaut, eigentlich lebensqualitätsverträglich, weil ja eigentlich die urbanen Räume, die Städte würden ja uns Menschen gehören und nicht den Autos. Aber was heißt das, wenn man sozusagen eine andere Mobilität entwickelt und dann auch ernsthaft umsetzt, bedeutet das natürlich, dass die Autoindustrie ins Schwanken, ins Wanken gerät. Jetzt kann man sagen, das darf nicht sein, jeder sechste Arbeitsplatz liegt an der Autoindustrie. Oder man sagt, Arbeitsplätze kann man auch woanders schaffen. Und okay, Autoindustrie darf, soll schrumpfen. Man weiß, der Bankensektor ist völlig überdimensioniert. Wir bräuchten gar nicht so viele Banken, um das, was sozusagen die Wirtschaft an Kapitalzufuhr braucht, von den Banken. Das wäre dann gemeint mit Restrukturierung. Aber wo, also schlägt der Auto auch vor, in wo oder in welchen Bereichen er dann diese Arbeitsplätze, die dann in diesen Bereichen verloren gehen, wo würde er die schaffen? Hat er da Vorschläge? Ja, das geht dann über auf die vier spannenden R's und die nächste Gruppe dann der R's. Die nächste Gruppe, genau. So ein große Hoffnung wird gesetzt im Bereich Ernährung, Ernährungssouveränität, hohe Qualität an Lebensmitteln, was zugleich auch hieße, sozusagen die Konsumprioritäten etwas neu zu justieren. Man könnte ganz Europa, gibt es eine Studie, biologisch ernähren. Es gäbe eine Bedingung, dass man den Fleischkonsum halbiert. Das sind vor allem wir Männer gefragt. Stimmt. Aber man kann auch sozusagen im Haushaltsbudget umstrukturieren. Das wäre sozusagen Lebensmittel hoher Qualität. Das Zweite, das wird kommen, obwohl es natürlich jetzt hinausgeschoben wird, wäre sozusagen der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen. Wenn das Erdöl nicht mehr sprudelt, dann wird Energie dezentraler erzeugt. Aber das alleine macht es natürlich nicht aus. Latouche spricht hier von Relokalisierung. Das hieße zu schauen, wieder mehr Dinge in der Region produzieren und in der Region kaufen. Kannst du dir das vorstellen? Nehme ich an. Also ich kann es mir schon gut vorstellen, aber ist es eigentlich überhaupt noch denkbar, also dass man jetzt so lokale Güterkreisläufe wieder in Gang bringt? Weil die wurden ja eigentlich schon zerstört, also jetzt auch durch die Globalisierung und diese weltweite Arbeitsteilung. Ich weiß nicht, weil eigentlich, also was ich jetzt auch öfter schon gelesen habe, ist so, dass eigentlich eine Hühnerkeule jetzt von einem Farmer in Afrika ist ja dreimal so teuer als eine, die aus der EU jetzt nach Afrika exportiert wird, weil das wird ja hoch subventioniert und eigentlich sind diese lokalen Wirtschaftskreisläufe mehr oder weniger ja schon tot. Kann man das wiederbeleben? Also nicht zu 100 Prozent, aber es lässt sich reduzieren. Und das eine, was du angesprochen hast mit den Hühnerkeulen ist natürlich das Dilemma, dass die Landwirtschaft in Afrika so absurd das ist, klingt, zerstört wird dadurch, dass die EU auf den Agrarprodukten unserer Bauern, die so stark subventioniert, dass das dann dort billiger zufällt und die eigenen Landwirtschaftsstrukturen dort in Probleme geraten. Das ist eine Frage, wie man Welthandel organisiert. Da gibt es ja schon lange die Forderung, Stopp dieser Agrarsubventionen. Und das andere ist natürlich eine spannende Frage. Es macht keinen Sinn, dass wir uns die PCs alle jetzt sozusagen im Bundesland Salzburg produzieren. Es gibt Güter, die wird man aus dem Weltmarkt weiterhin beziehen. Oder zumindest aus einem europäischen Markt. Aber alles, glaube ich, was mit, was Bauwirtschaft ist, sowieso Ernährung, Energie, das wird aus, kann man durchaus aus lokalen Märkten beziehen. Und in Verbindung damit, da hofft auch der Serge Latusch darauf. Er stellt dann auch die Frage, Kapitalismus überwinden oder den Kapitalismus etwas schwächen. Und er ist dann realistisch auch viel Zweiteres. Und wenn man als Konsument, als Konsumentin wieder mehr lokal nachfragt, dann fördert man natürlich die lokalen Strukturen. Ich persönlich, wir kaufen am Biobauernmarkt, in Seekirchen ein, weiß ich, wenn ich da fördere. Und es kostet ein bisschen mehr, aber dafür kaufe ich halt nicht alle zwei Jahre ein neues Handy, um diesen Konzern zu unterstützen. Ja, das mit den lokalen Wirtschaftskreisläufen ist ja zum Beispiel auch für Bosnien ein großes Thema. Also wo es auch so die Bewegung gibt, dass man halt jetzt die Einheimischen oder die in Bosnien und Herzegowina produzierten Produkte kaufen soll. Aber es funktioniert nicht so ganz, weil natürlich die Produkte, die aus dem Westen importiert werden, halt mehr Prestige haben. Wie kann man denn jetzt die Leute überzeugen, dass sie halt den regionalen Hersteller oder die regionale Herstellerin da irgendwie fördern? Nein, ich möchte den Bosnien Ratschläge geben. Verstehe das, ja. Also wie bei uns die neuen Produkte aus den USA gekommen sind, wo man dachte, das ist jetzt toll. Wenn wir von Postwachstum reden, spreche ich natürlich schon auch von Bosnien. Ich möchte haben, dass dort die Produkte gekauft werden, die dort von... Aber wesentlich spreche ich eigentlich von unseren Gesellschaften und jetzt ist sozusagen der Appell oder an die Menschen das eine und auch die Hoffnung, ich glaube, dass das Bewusstsein oder der Wunsch bei Lebensmitteln ist ganz eindeutig. Nachdem sozusagen aus der Region kommenden wieder wichtiger wird. Aber es kann sogar sein, bis hin zu, weiß ich, wenn man sich Industrie 4.0 anschaut oder durch die Computerisierung, Automatisierung, dass man sich die Dinge, auch Materiell, die man braucht, wieder vor Ort produziert. Das ist durchaus in Zukunft auch denkbar. Das ist, sagen wir, die Bewusstseinsfrage, dass man den Menschen sagen, ja, das ist mir wichtiger geworden und wir könnten uns das bei uns leisten. Die zweite Ebene ist natürlich, das wäre dann mit Steuern zu steuern. Also Transportkosten sind natürlich viel zu billig und gerade sozusagen für die Flugbenzin kostet nichts und auch der Treibstoff für diese großen Schiffe kostet nichts und begründet wird es damit, weil man den Welthandel unterstützen will. Das stimmt, da widerspricht sich das eine mit dem anderen. Insofern ist das die zweite Forderung eben höhere Ressourcen steuern, höhere Steuern auf Energie. Aber ist das jetzt eigentlich so ein massentaugliches Konzept, dass man eben nur lokal einkauft und vielleicht auch biologische Produkte oder ist das dann so, dass sich das eigentlich nur eine kleine Elite leisten wird können? Das ist ein wichtiges Stichwort, dass ich sage, eins der R von Serge Latouche heißt Redistribution. Das heißt eine andere Verteilung. und Postwachstum geht nur mit dieser anderen Verteilung. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wir produzieren nicht mehr mehr, wir produzieren auch anderes, aber es wird sozusagen besser verteilt. Das heißt, Stichwort wird am Eis gebracht, das können wir uns nicht leisten, weil wir jetzt schon Arbeitslosigkeit haben, aber zum einen ist es so, dass die Vollzeit wird der Trend, es gibt immer weniger Vollzeitarbeitskräfte, jetzt kann man sagen, das ist problematisch, man kann aber auch sagen, ja, das Ziel ist ja, dass wir so viel arbeiten, dass wir uns erwirtschaften, was wir brauchen und dass eigentlich eine Wunscharbeitszeit könnte ja durchaus im Schnitt bei 30 Wochenstunden liegen. John Maynard Keynes hat 1930 gemeint, dass wir im Jahr 2000 nur noch drei bis vier Stunden pro Tag arbeiten werden. Ich glaube, schrittweise ist da viel, viel mehr drinnen, als wir uns jetzt zugestehen. Also ich glaube, Arbeitszeitverkürzung, ich würde jetzt sagen, bei denen mit hohen Einkommen ohne Lohnausgleich und bei denen mit milderen und niedrigen Einkommen mit oder bedingten Lohnausgleich, weil die, die wenig verdienen, haben das Recht, dass sie mehr verdienen. Sonst wäre es wieder zynisch. Aber da wäre viel drinnen, in der anderen Verteilung der bestehenden vorhandenen Arbeit und das zweite einfach eine andere Verteilung des Vermögens. Das braucht man aus verschiedensten Gründen, auch wegen der öffentlichen Verschuldung, die ja problematisch ist. Aber, und da bin ich nicht so pessimistisch, wenn das offensiver gefordert würde, sind die Reichen durchaus bereit, das abzugeben, aber es macht sich kaum mehr freiwillig. Ja. Würde das auch eigentlich dann die Zeit für Lebensqualität steigern, wenn wir weniger arbeiten würden? Muss jeder, jeder für sich beantworten, aber es gibt natürlich Studien, die sagen, dass der Zeitstress enorm gestiegen ist. Vor kurzem ein Plakat gelesen, der Mensch ist die Krone der Erschöpfung. Das könnte ja ganz gut passen, glaube ich, auf unsere Gesellschaft. und insofern ist das, glaube ich, schon der Charme von diesem Projekt Postwachstum. Ja, da könnte ja was davon haben. Durchaus Zeit zu gewinnen für etwas anderes und aber immer mitzudenken, wenn mit einer anderen Verteilung lässt sich das gut hinkriegen. Wie stellt sich der Autor denn das eigentlich politisch vor? Weil ich denke mir, wenn das jetzt jemand vertritt, also der wird ja nicht gewählt oder da ist ja die Wahl schon längst verloren, wenn man das jetzt politisch fordert. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so ist, dass man da die Wahlen sofort verliert. Ich glaube, aber man predigt ja dann Verzicht eigentlich oder Umverteilung. Man muss nicht Verzicht, Umverteilung ja und ich würde es nicht Verzicht nennen, sondern zu schauen, wo ist es Lebenszugewinn. Wenn man sagt, Leute, wir haben so im Grund eine florierende Wirtschaft, ich blende jetzt einmal aus, wir leben ja auf Kosten natürlich von Menschen in anderen Erdteilen, die ja für uns jetzt billigst produzieren, das ist ein anderes Kapitel, aber bei uns sehr erfolgreich, wäre es nicht spannend und mittlerweile haben Gewerkschaften ja auch schon im Programm. bei einer gewissen Einkommenshöhe, wenn der Lohn passt, mehr Zeit statt noch mehr Lohn gibt es ja schon als Angebot und von daher denke ich, ist es politisch gar nicht so abwegig davon, dass das kommen wird können. Ich meine, wir verzichten jetzt auch viel, also eben auf freie Zeit, mich eingeschlossen, habe ich vorhin gesagt, wir verzichten auf lebenswerte Städte, teilweise verzichten wir auf Lebensmittel, die uns zustehen würden, guter Qualität, was sozusagen der Punkt ist, da gibt es in der anderen Zeit die Konsumforschung, warum trotzdem irgendwie noch das sehr stark verbreitet ist, sich wieder was Neues zu kaufen, da gibt es verschiedenste Gründe dafür und ich glaube der geringste mittlerweile ist, weil man was Neues braucht, Frustkonsum mithalten wollen, da gibt es verschiedensten Aspekte. Wahrscheinlich dann auch psychologisch halt dieses man belahmt sich Das kann ich, jetzt habe ich so viel gearbeitet, das muss ich mir das leisten, jetzt vergönne ich mir wieder was und natürlich es fordert ja Latouche, es wird natürlich auch massiv Werbung betrieben, also 700 Milliarden Dollar werden weltweit für Werbung ausgegeben, das ist ja die größte Form von Bildungsmaschinerie oder Unfair Bildungsmaschinerie da wird zum Beispiel gefordert, dass Werbung nicht steuerfrei ist, sondern dass man halt eine Werbesteuer macht und als ein kleiner Vorschlag ja aber das mit der Werbesteuer ist eigentlich vielleicht eine gute Idee, die auch lenken könnte Das kommt ja noch dazu, weil im Grunde je größer der Konzern, umso mehr größer ist sein Werbebudget, also die haben ja da Vorteile, die können viel massiver werben als das kleine Unternehmen, das hat auch nicht so viel Werbebudget, würde man sagen, da auch einen Ausgleich schaffen. Es gibt glaube ich auch so, es hat einmal so eine Studie gegeben, wo untersucht wurde, wie jetzt ein großer Getränkehersteller das macht, das heißt, er ist eigentlich, wenn ich so durch eine Innenstadt gehe, ist eigentlich alle halben Meter quasi sehe ich dieses Sujet eigentlich von denen irgendwo und natürlich glaube ich, wenn man dann vor dem Regal steht, dass man dann halt zu dem hingreift, das man so oft sieht. Das heißt, das beeinflusst schon. Aber warten wir mal ab, wie es die nächste Generation sehen wird. guckt die gar nicht mehr so mit. Das stimmt, vielleicht interessiert den es dann gar nicht mehr, dann denken sie es eben Markenprodukte, völlig egal. Wie will denn jetzt eigentlich Latouche, also der Autor, wie will er denn jetzt politische Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen von seiner Idee überzeugen? Naja, Latouche kommt aus sozialen Bewegungen, also er geht davon aus, dass mehr Menschen, Bürger, Bürgerinnen dieses Programm, diesen Weg attraktiv finden werden und daraus dann indirekt Druck auf die Wirtschaft ausgeübt wird, dass er sich neu darauf einstellen muss. Er hat dann natürlich schon einen Katalog an Vorschlägen an die Politik, aber der ist eh bekannt. Das sind Vermögensteuern, Umweltsteuern, Arbeit, neu verteilen, Arbeit auch weniger steuerlich belasten und dafür Ressourcen mehr zu besteuern oder auch den Welthandel besteuern, Rüstung besteuern, sowieso Finanztransaktionen, um diese Form von Umverteilung hinzukriegen. Aber worauf er am meisten hofft ist, das wird eine neue Bewegung von unten sein. Die sagt, wir tun nicht mehr mit in dieser Form von Konsumkapitalismus. Also eigentlich geht es ja da um eine Revolution von unten, oder? Ja, aber natürlich nicht Revolution im Sinne von jetzt enteignen wir die Konzerne, nehmen wir denen alles weg, sondern zum einen natürlich neue Reglementierungen, wo sie notwendig sind, andere Formen von internationalen Steuerwesen, weil Konzerne ja immer ausweichen können jetzt, aber Revolution in dem Sinne, dass sich Gruppen bilden, die sagen, uns reicht es, wir tun einfach nicht mehr mit oder wir tun nur noch schrittweise mit. Ja, dann eigentlich, also du würdest das Buch auf jeden Fall empfehlen, klarerweise. Dann war das eigentlich auch sogar schon meine letzte Frage, genau, mit der Revolution. Das heißt, er hofft einfach, dass sich die Bürger und Bürgerinnen erheben. Ja, erheben tut man sie, wenn man gegen was demonstriert. Das ist natürlich auch im Sinne von Serge Latouche, wenn es jetzt ein neues Welthandelsabkommen zwischen den USA und Europa geschlossen würde, wo im Grund die großen Konzerne eigentlich noch mehr Vorteile sich herausholen wollen, dagegen ist zu protestieren oder wenn man sozusagen eine Anstrengung des Vermögens will, darin ist zu protestieren, erheben im Sinne von zu überlegen, wie möchte ich leben, vielleicht sich aus dem eigenen bequemen Sessel einmal zu erheben und nachzudenken, vielleicht dann mit anderen auszuprobieren, eine andere Form von Lebensqualität. Das wäre sozusagen dann, dass sich individuelle verändern. Also praktisch nicht auf die Barrikaden und alles anzünden, sondern halt bei sich selbst. bei sich selbst anfangen, genau. Gut, ja dann, also Hans Holzinger, danke dir für das Interview. Informationen und auch die Rezension natürlich zum Buch könnt ihr finden auf der Seite der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Das ist unter, kurz nachschauen, www.jung-bibliothek.at Dort könnt ihr auch natürlich die Publikationen vom Hans Holzinger finden und auch Informationen zu den Montagsrunden und auch zu den neuen Projekten von der Robert-Jung-Bibliothek und auch eure Zeitschrift, genau, die Pro Zukunft. Und man findet die Bücher auch auf einem neuen Blog jetzt www.prozukunft.org Da werden auch diese und andere Bücher besprochen. Genau, und eben die Rezensionen finden sich ja dann auch immer in eurer Zeitschrift. Ja, dann vielen Dank, genau das war's für heute von den Blattzeiten. Danke an Hans Holzinger noch mal fürs Interview und wir verabschieden uns, mein Team, die Bailey Zeitlinger in der Regie und die Stephanie Scherer an der Kamera. Dankeschön und bleibt beim FS1.